Die Dose von deinem Raumduft ist leer, kaufe keine teuren neuen. Öffne diesen, hol die Dose heraus und entferne jetzt diesen oberen Sprühkopf. Schnapp dir ein günstiges Deo aus dem Discounter, entferne den Kopf, mach den Sprühkopf hier drauf und stecke das Ganze wieder in das Gerät. Das funktioniert genauso gut, ist aber deutlich günstiger. Deshalb sage ich...